Hallo meine Lieben! Willkommen zu meinem dritten Teil der Workout-Serie. Letzte Woche kam Teil 2 mit dem Thema Sexy Po und davor die Woche gab es Teil 1 mit dem Thema flachem Bau. Falls ihr die Videos verpasst haben solltet, verlinke ich euch sie nochmal in der Infobox. Ja, heute sind wir bei Teil 3 mit dem Thema Beine. Und vorab wieder ein kleiner Tipp. Joggen und Inliner fahren strafft die Beine sehr dolle. Also wenn ihr mal ein bisschen Langweile habt, geht einfach ein bisschen raus an die frische Luft und das kann wirklich Wunder bewirken. So, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Übung an. Die erste Übung ist für die Oberschenkelinnenseite und hierfür legt ihr euch seitlich auf eure Matte. Diesen Arm hier legt ihr in einem rechten Winkel auf die Matte, sodass ihr euch mit eurem Unterarm abstützen könnt. Und die andere Hand könnt ihr auch nach vorne nehmen, um euch abzustützen. Jetzt winkelt ihr euer unteres Bein ein wenig nach vorne an und das obere Bein streckt ihr aus und führt es langsam, so weit wie es geht, nach oben und wieder nach unten. Achtet aber darauf, dass ihr es unten nicht auf dem Boden ablegt, sondern ein paar Zentimeter darüber verharrt und wieder nach oben geht. Und diese Übung solltet ihr dann pro Bein und pro Seite 20 bis 30 Mal durchführen. Am besten in zwei Sätzen. Das gleiche geht natürlich jetzt auch mit dem anderen Bein. Und hierfür nehmt ihr einfach euer anderes Bein nach vorne und streckt jetzt das untere Bein aus und hebt es nach oben und wieder unten. Das geht jetzt natürlich nicht ganz so hoch. Und auch die Übung führt ihr dann wieder 20 bis 30 Mal aus und danach dreht ihr euch einfach auf eure andere Seite. Für die zweite Übung legt ihr euch gerade auf euren Rücken, die Hände unter euren Po und jetzt nehmt ihr eure Zehenspitzen nach vorne, streckt eure Füße gerade aus und macht sie ganz lang und jetzt hebt ihr eure Beine nach oben, bis ihr einen 90 Grad Winkel habt und wieder nach unten. Und diese Übung führt ihr dann auch 10 bis 20 Mal aus und das in zwei bis drei Sätzen. Diese Übung ist außerdem übrigens sehr gut für eure Barfmuskulatur. Die dritte Übung sind ganz normale Kniebeugen und hierfür stellt ihr euch einfach schulterbreit hin. Und jetzt streckt ihr eure Arme aus und geht langsam nach unten und wieder nach oben und versucht euren Rücken dabei schön gerade zu halten und euren Po nicht so weit nach hinten auszustrecken. Hiervon könnt ihr auch 10 bis 30 Stück machen, je nachdem wie fit ihr seid und wiederholt das Ganze in zwei bis drei Sätzen. Die dritte und letzte Übung ist noch einmal für die Oberschenkelinnenseite. Ich glaube, das ist eine der größten Problemzonen einer Frau und hierfür stellt ihr euch wieder schulterbreit mit euren Füßen und jetzt nehmt ihr eure Hände auf eure Oberschenkel und geht langsam in die Knie und beugt dabei euren Oberkörper ein wenig nach vorne. So sieht die Übung von vorne aus und jetzt zeige ich euch das auch nochmal von der Seite. Und diese Übung könnt ihr dann auch 20 bis 30 Mal in zwei bis drei Sätzen wiederholen. So, das war es auch schon mit dem kleinen Workout für die Beine. Nächste Woche, Samstag am 11.05. wird dann Teil 4 mit dem Thema straffe Brust rauskommen. Ich hoffe natürlich, dass ihr da auch alle nochmal einschaltet. Nochmal zur Erinnerung, die Teile, die vor diesem Video veröffentlicht wurden, verlinke ich euch nochmal in die Infobox. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss! Und dann sehen wir uns hoffentlich bis dahin. Und dann sehen wir uns hoffentlich bis zum nächsten Video hin. Vielen Dank.